ja ich dachte wir nehmen erst mal was ein bisschen so wenn du jetzt nicht wieder raumstation nimmst ich hatte gerade schon überlegt wir können ja mal raumstation und eishockey nehmen das wird dass ich heute noch frist kriege oder ich will dass du dich mal fühlst wie ich bei UNO aber bei UNO war letztens alles gewinnen ja ja und dann ja ich beschweren mich fast sogar komplett das ding was die kollision an ja okay aber der wickel sollte sogar fast funktionieren rein es ist übrigens party modus an ich habe die power up zu können und dass wir jede runde alle zusammen eine andere ballgröße haben das gleiche oder ja alle die gleich das gleiche aber wir haben keine ball also es bleibt immer ein ball aber die größe ist hat man großer golfball mal ein kleiner aber wenn man normal hat er hilft sie da und drübe hat uns weggekickt das stimmt nicht was weil ihr schon da drin hängt komme ich nicht rein jetzt scheiße ich hätte eigentlich ohne mann geschafft dann habe ich zwei schläge zu viel genommen das war eigentlich alles geplant oh ja der war auch eingegangen ohne ohne die 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 abwechung danke schön wer auch immer das jetzt war wir haben damit auch mit durchgedrückt das ding da ich aber so sauber da drängen die reingesetzt warte mal dazwischen jahr das habe ich dann gesehen auch das waren zu wir haben habe ich ihn jetzt dann holen man durch hat dir ja ich habe mir erst mal reingefallen also das kann wohl und erstes wasser gefallen ach so schade weil du kannst mir nämlich entgegen da habe ich dich gebremst dadurch bist du dann ins loch gefällt ich habe ich gesehen ja ich habe übrigens bis jetzt noch nicht verstanden was eigentlich dieses power up frost einbruch bringen weil ich keine ahnung was das bewirkt ich glaube wenn du in der luft ist dass du dir eingefroren bist dass du dann trotzdem noch unterfällt wenn du merkst du fliegst so weit ach so dass du praktisch an der gleichen stelle wo du bist einfach stehen bleibst abrupt ist meine vermutung also ich würde gerne dienstags zu euch kommen aber da gibt es jemand der was dagegen hat ich würde so gern kommen doch noch jawohl das war stehen jetzt 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 schon mal die kugel möchte nicht ja natürlich gehe ich wieder am anfang zurück weiß komm ich halt runter mein gott scheiß alter nein zu schnell double bogey ja ich auch ja ich war eigentlich auf der auf diesem dreh ding und wenn er wieder quasi irgendwie wieder runter gedrückt worden dann muss ich halt den weg unten rum nehmen da war nicht schlecht hey baby und ich kuscheln ein bisschen wie war das erste wäre das hintere noch besser gewesen lieber gewesen zu doll aber wenn er hätte ich die absäckung ja alles sauber mit par ach ja glück gehabt es ist aber ja glück gehabt nein noch ein bisschen nein ich bleib kurz davon ja ich auch ich bin um drüber gehüft so fest geschlagen das hat nicht funktioniert bei mir schon fast volle kraft habe ich durch geschlagen jetzt bogey double bogey also bist du jetzt vorne kev ja mein wir sind alle ziemlich gleich auf also was das gleiche auch aber die 45 dinger die kann man noch doch da oben ja ja das ist aber nicht ich habe jetzt ab du zuerst ja ja das baby hat mich natürlich schön noch eine bessere position gelegt ja ich kann mich ein bisschen absetzen da kommen wir schon noch an die eine oder andere fußbahn ich habe mich zwar die letzte ich habe gesehen auf einmal ist da was abgehoben baby ist voll abgehoben ja jetzt ist voll von uns ab ich hebe ab ich zeig mich am boden ok nein ah wie leise der schaue ist jetzt so heftig ja genau und ich bin ich gerade reingefallen vielleicht muss man jetzt anfangen zu bohren sonntags morgens so sehr gut ein paar mal ernsthaft jetzt du bist aber auch in einem beschissenen winkel da drin ich brauche immer von diesem einen ding da wieder ich weiß ich sehe es jetzt hätte da drauf liegen müssen dahinter prallen müssen das kommt nur jetzt setzt du dich aufs recht ab ja ist aber noch nicht durch was wir schnell sehen was wir wieder sich ändern kann hier unten ist das sehr kuschelig in diesem graben hier ich komm mal mit runter und schon wieder der graben ja leck mich doch ich war da oben drin schon ich befürchte dass es sich reicht ja scheiße das Problem ich bin genau ich komme auf die links drauf und fall dann runter ja zumindest das ok das war nicht schlecht so das war blöd pass auf die anderen löcher für nicht werde direkt zum anfang ich habe alle anderen löcher schon durchprobiert das ist das einzige dahinten was ich doch nicht bis jetzt getroffen habe hast du auch glück gehabt jetzt ja 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 alles gut ich habe aber eigentlich noch ein doppersprung gehabt das war blöd das war die falsche das ich habe noch ein acht schläge also für zum thema du sitzt dich wieder ab jetzt habe ich wieder fünf das wieder fünf aufgeholt das aus dem verloren hast ach ja falsche seite da komme ich noch nicht rein ich will da oben an der seite rein ich weiß wo das war die ja ich komme nicht durch gerade wieder an außen rum es kann noch nicht sein doch warte mach das gar nicht so schlecht eigentlich ja das ist nicht wahr da rollt er zu weit oh man ja jetzt bist du weg guck mal jetzt will der mich verarschen jetzt lässt er mich nämlich extra ich freue mich eigentlich ganz langsam und ja vorbei doch das könnte doch noch mit sieben schlägen aber jetzt bist du durch das hat es mir richtig versorgt jetzt kommt die und deine lieblingsbahn ja leck mich doch an der schick ja das ist es jetzt halt ne zweit nein nein der springt mir raus und sagt dann komm ich geh wieder zurück auf die dings ich war so schön direkt an dem loch dran und da sagt er mir ach egal ich weiß drauf ach nee ja glückwunsch ich war direkt davor ich war direkt davor und er sagt mir dann geh wieder zurück auf das band ja leck mich doch am arsch egal glückwunsch ich bin drüben ich bin drüber ich bin drüber gekommen und ich bin drüber ach nein Und zusammen, zusammen gleichzeitig mit Baby eingelocht. Verdient, letzter. Drei Löcher untereinander verkackt und dann stürzt er ab. Soll der gleich mal kurz warten? Ja. Das wich ja meinen Ball mal an, ey. Ich verlin cof, du schiebberst. Ich höre, du schiebberst. Ok, dann komm mal. Ich höre, du schiebberst du schiefst.